So Leute, heute gibt es mal Morning Routinen. Einmal Tiere wüttern. Alle haben Hunger. Alle haben Hunger. Wenn es so staut, das ist nicht gut. Wenn es irgendwo schwimmelt. Unfalle an, die Machen und Knoten stutzen. Unfalle an derzeit. Unfalle ein. Unfalle an. Unfalle an. Unfalle an. Unfalle an. Unfalle an. So, jetzt geht's auf, auf, auf So, jetzt geht es um die Kindergarten. Schau, du hast dein Mann, du darfst. So, jetzt geht es um die Kindergarten. 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 Da, weiter geht's. Wasser müssen wir wieder neu machen. Na dann, Wassermarsch. So, der Kindergarten braucht ja auch Wasser. Dann machen wir den Eimer voll. Wasser ist voll. Das geht immer so schnell, ey. Dann lasse ich das Wasser nämlich gleich offen für die Hühnchen. Und einmal ab zu den Hühnchen. Und dann. Und dann. Und dann. Wir kommen. Dann. 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 So, jetzt noch die Hasis. Noch mal kurz gucken, haben wir ein paar Eier? Keine Eier. Und dann gut. Morgen wieder. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ichunft nichtelesen. . Bis zum nächsten Mal.